Am 14. März sind Landtagswahl und ich möchte Ihnen eine herzliche Wahlenempfehlung für Roland Zitzmann aussprechen. Roland Zitzmann ist Handwerker und zwischenzeitlich leitender Angestellter in einem Logistikunternehmen. Und natürlich mit Logistik und Mobilität sind genau das seine Leidenschaftsthemen. Wirtschaft und Mobilität in Baden-Württemberg. Er sagt immer, Baden-Württemberg ist lange genug verwaltet worden. Und gerade im Verkehrsbereich muss man leider sagen, schlecht verwaltet worden. Und deswegen ist er jetzt ungeduldig darauf, Verbesserungen erzielen und erwirken zu können. Mit Ihrer Stimme für Roland Zitzmann bringt Sie den ganzen Verkehrsbereich und die Wirtschaft in Baden-Württemberg ein gutes Stück voran. Im Geiste der Technologieoffenheit und des Fortschritts. Ihre Stimme am 14. März für Roland Zitzmann.